Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja hier sind wir wieder früh am Morgen aufgestanden und schon kann es losgehen. Heute haben wir viel vor, also müssen wir uns gleich beeilen. Ja, das Minecraft fährt, das ist gut. Und wir haben einiges zu tun und zwar werden wir mal schauen, wir brauchen ein paar Turtles. Die Turtles, da haben wir sie. Da brauchen wir Computer dafür. Stone, Glasscheiben. Okay, das haben wir. Stone. Ja, ich habe auch in der letzten Folge vergessen, bei unserer Zelle, also bei den Zellen, Wasserzellen, das so umzustellen, dass er nur rauszieht, wenn er ein Signal bekommt. Das war ein bisschen ein Fehler, aber ja, jetzt habe ich halt, müsste ich gerade mal gucken, über 5000 Wasserzellen müsste ich jetzt haben, weil er so lange weitergemacht hat und irgendwann habe ich mal gemerkt, hm, da bin ich da draußen so gestanden und habe so geschaut, hm, Wasser wird immer weniger, komischerweise. Dann habe ich, öh, dann habe ich gemerkt, dass der da noch immer Wasserzellen gemacht hat. Also am Wasserzellen wird es jetzt nicht mehr scheitern. Da haben wir jetzt 5000, also 5k. Gut, die haben wir, dann brauchen wir für Turtles Kisten. Wir brauchen jetzt mal ein paar Turtles, hier so, 9, achso, zu wenig Kisten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, aber wir machen einfach mal welche. Und wir brauchen dann sowas, und zwar brauchen wir auch neun Stück oder gleich viel, wie wir Dirtles haben. Wir werden uns mal darum kümmern, ein paar Schafe zu machen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit Stück. Es gibt 16 Farben, also 13 sollte ziemlich gut sein, wir brauchen ja nicht jede Farbe von den scharfen. Und was wir noch brauchen sind, um überlegen, wie wir das am besten machen. Die Dirtles sollen das irgendwo noch reinschmeißen. Das machen wir mit Endergest. Kann man ja craften, dazu... Machen wir mal zehn Stück. Ihnen fehlt irgendwas, und zwar Blazehort. Blazebauder bekommen wir das. Blazebauder haben wir auch nicht mehr viel. Schlecht, schlecht, schlecht. Mal gucken, was wir da noch rausholen können. Ein Minimstone, wo ist hier ein? 19, naja, okay. Da gehen sie zehn Stück aus. Aufwicht halt. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Okay, Blazehortz. Wo bekommen wir jetzt am besten Blazehortz? Jetzt haben wir wieder Looting-3 drauf, okay. Kann man die anders auch nicht mehr herstellen? Nee, leider nicht. Ja, das heißt für uns, wir müssen schnell in den Netter. Hier haben wir auch noch Schafe. Und müssen Blazehortz farmen, leider. War jetzt nicht geplant, aber was sein muss, muss sein. Wolle. So. Alles, was ich hier nicht mehr brauche, kommt da rein. Und ja, mein Inventar werde ich jetzt mal in eine Kiste machen. Das sollten wir wirklich sterben, haben wir aus Inventar wenigstens noch. Komm mal hier hin, so. Guck mal, was brauchen wir eigentlich? Wir werden uns die Bordelgun mitnehmen und das Schwert. Eventuell. Den haben wir. Ender-Bounce-Prom eigentlich nicht. Den lassen wir auch hier. Ein paar Fackeln. Gut, mehr brauchen wir nicht. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch einen Wegpunkt haben. Wo sich der Spawner befindet, den habe ich ja mal gebaut. Oh. Uiuiui. Okay, wir haben wahrscheinlich keinen Wegpunkt mehr. Aber ich weiß, dass der irgendwo... ...da hinten war. Irgendwo hier war ein Spawner. Ah, da ist er, seht ihr. Schon gefunden. Gebt mir mal eure Place-Votes. Ja, ich fucke schon. Ja, acht Stück haben wir schon, also... ...zwei getötet, acht Stück, das ist nicht schlecht. Zwölf. Könnte man ja eigentlich einen Spawner draus machen. Also eigentlich mit Soul-Shots. Das wäre ja was. Mit Soul-Shots ein Spawner. Das wäre echt was, weil... ...die Place-Votes braucht man ja öfters. Kann man sicher mehr draus machen, oder? Das ladet er gerade. Ja. Okay. Für die ganzen Kisten. Für Frostbauer. Dank. Ah, okay. Gemma, ja, den brauchen wir eh nicht. Okay. Eigentlich nicht so wirklich, aber... ...schaden könnte es nicht. ...schaden könnte es nicht. 21. Ne, ne, machen wir noch ein bisschen weiter. So circa bis... ...30 oder so. Kommt. Hallo, hier bin ich. Komm doch. Spawn. Ich will euch töten. Die wollen mich heute nicht. ... Na super, einer. Na egal, dann geh mal wieder nach Hause. 24. Reichen vorerst. Öh... Immer. Hier los ist es auch ein Spawner. Wo komm ich wieder nach Hause? ich habe mich glaub irgendwie verlaufen oder ich muss hier hinter hier entlang glaube ich oder ja genau hier hier ist unser portal dann geht's ab nach hause 24 wir brauchen 5 7 ne das geht sich gar nicht aus ach du kacke ach du kacke so viel geht das geht sich gar nicht aus weil wir brauchen hier oder auch mit rei hat jetzt nur gemacht wir haben mal wie viel place wo es haben wir klas ne wir schreiben mal die so 45 das heißt 9 mal 4 ist 45 das heißt wir machen davon nochmal 8 stück genau dann brauchen wir wieder eine farbe was nimmt man da lapis war immer gut und grün alle kisten mit der farbe machen ach du kacke lapis 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 damit einfach lapis außen rum und in der mitte machen wir grün und schon wieder haben wir eine weiter ändert kiste für unser system weil wir können das ganze ja anders auch machen wenn wir gerade gerade am überlegen ob wir vielleicht das nicht doch mit der pleite einer schistik machen sollten nicht immer mit ender kisten die kisten kann man da immer wieder verwenden ist ja normal kein problem dann machen wir normale chest normale kisten wenn wir da hatte hier gut dann bauen wir das noch mal auf was ich vor hatte zwar hier hinten habe ich schon vorbereitet schon lange eigentlich länger hier da kommen alles so gehege und schafe rein und vorne kommt einfach ein dörtel hin und ja dann sozusagen schiert dann müsste ich irgendwo noch zäune haben genau ich habe nur ein turtle das heißt hier kommt einmal oben ein zau noch drüber damit die schafe nicht über den turtle raushüpfen weil ein schaf kann ja einen block hoch hüpfen dann turtle und hier kommt jeweils der turtle hin so ja okay so so und so da hätte ich gar nicht so viel gebraucht ich weiß jetzt gar nicht wie viele das sind das war 3 4 6 12 dann müssen wir hier ein kleines programm einschreiben in turtle das mal hier mal per hand damit ihr seht und dann kopiere ich mir das einfach zwar machen wir hier edit also edit start up damit wenn das selber auch neu startet er die daten ausführt hier schreiben wir rein weil to do also mach es immer das lange ja ja also mache dann and also jede schleife braucht ein and dann sagen wir if also ist redstone also er ist die abkürzung für redstone get input klammer anführungszeichen und jetzt kommt die seite wir sagen in dem fall rückseite ist halt doof aber geht gerade nicht anders oder und oder gar nicht soll einfach so lange sterben bis er voll ist wobei das intimlich viel wolle etwas eng was ich hab hier unten kommen kisten dann können wir hier was langlegen ja machen wir einfach back klammer zu wenn du ein redstone signal von back also auf der rückseite bekommst denn dann mache folgendes hier kommt wieder ein end weil mit jeder schleife braucht ein end er soll einfach turtle punkt attack also angreifen er greift sozusagen mit der schere den äh das scharf an somit schert er es danach soll er gleich hört der tiertel punkt doof down da muss ich das schreiben oder und dann ja eigentlich so nichts mehr hier dann sagen wir hier unten in der weitschleife eine schlafenszeit eine schlafenszeit klammer auf 10 sekunden klammer zu das heißt hier haben wir why to do also mache das immer heißt das sozusagen er macht das immer solange der wert wahr ist mache dann if redstone get input also bekommst du ein signal von hinten dann der soll angreifen soll alles droppen ok hier habe ich falsch geschrieben hat mir keiner gesagt von euch also drop down also nach unten alles fallen lassen end 10 sekunden schlafen ende und fängt hier wieder oben an save exit jetzt können wir hier unten eine kiste machen eine stinknormale kiste hier wollte ich eigentlich die ender chest hin machen damit wir das auch alles nach hause geliefert bekommen aber da bin ich noch etwas unschlüssig wir holen jetzt trotzdem die ender kisten jetzt habe ich sie extra vorbereitet also holen wir uns die auch zumindest wir brauchen ja nochmal eine dass wir das testen können ob das auch funktioniert äh creeper da müssen wir eben mal ein bisschen aufpassen bei creepern beziehungsweise nicht alles zerstören hier das wäre natürlich doof gut die kiste kommt hier unten hin statt dieser kann man auch noch öffnen so und jetzt sagen wir hier ist der gr für reload und wir haben einen fehler weil keine ahnung was ich falsch geschrieben habe edit starter okay hier dörtel attack habe ich vergessen hinten die klammer so so save exit so jetzt müsste er dann nach eigentlich meines wissens nach scheren außer der scharf steht nicht genau vor ihnen was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann fehler hat er kein er braucht er braucht zuerst noch ein redstone signal so So, jetzt haben wir gesagt, von der Rückseite, zack, jetzt wartet er die Sekunden ab und müsste gleich scheren. Oder auch nicht, doch, nein, ja, vielleicht, genau, ihr habt gesehen, geschert und hat es direkt in die Kiste gelegt. Also funktioniert doch. Jetzt wartet er 10 Sekunden und versucht es dann nochmal, wenn er es schafft, ja, wenn nicht, dann nicht. Je nachdem, ob der Schaf schon wieder was gefressen hat. Und das Programm werde ich jetzt auf allen laden und werde über die Kiste platzieren. In der nächsten Folge machen wir dann damit weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei Ansehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao Leute, bis dann.